Vielleicht habt Ihr es ja auf meinen Social-Media-Plattformen mitbekommen. Vor wenigen Tagen war die Zahl der TWS-Abonnenten still und heimlich über die 40.000er-Marke geklettert. Und auch wenn das letztlich nur eine Zahl ist, freut mich dieser Meilenstein doch sehr. Daher möchte ich mich in diesem Video zum einen bei Euch ganz herzlich bedanken, zum anderen mit Euch ein wenig hinter die Kulissen des Kanals blicken und obendrein noch ein paar kleine Schätze aus den acht vergangenen Jahren verlosen. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS. Ihr habt richtig gehört, seit fast acht Jahren gibt's diesen Kanal mittlerweile und die ersten dreieinhalb Jährchen haben Dennis und ich ihn auch noch gemeinsam mit Videos versorgt. Mittlerweile ist er gute zweifacher und oberglücklicher Familienvater samt einem geräumigen Häuschen im Hamburger Südosten. Und nach Dennis-Ausstieg war ich mir auch nicht so sicher, ob ich den TWS allein schaffen und es auf Dauer durchhalten würde, Euch jede Woche mit einem neuen und interessanten Video zu versorgen. Aber ich denke, ich hab's ganz gut hinbekommen, auch wenn mal das ein oder andere Video erst am Wochenende und nicht wie geplant schon am Freitag erscheint. Denn sonst wäre die Abonnentenzahl sicherlich nicht über die aktuelle 40.000er-Marke geklettert. Damit ist der TWS übrigens der erste deutschsprachige Tabletop-Kanal, der diesen Meilenstein erreicht hat. Und das bei nur einem Video pro Woche und mit nur einer Person vor und hinter der Kamera. Das macht mich, ehrlich gesagt, schon ein bisschen stolz. Aber noch mehr freut es mich, dass die Videos bei Euch auf so viel Interesse und Begeisterung stoßen. Denn im Durchschnitt wird jedes TWS-Video über 13.000 Mal angeschaut, den Highscore verbucht hierbei mein allgemeines Hartschaum-Video mit rund 270.000 Aufrufen. Wer sich übrigens für mehr solcher Zahlen interessiert, kann sie auf socialblade.com zu praktisch jedem YouTube-Kanal abrufen. Aber genug der nüchternen Zahlen, schließlich steckt hinter jedem Klick ein menschlicher Zuschauer. Und genau deshalb möchte ich mich riesig für Euer Interesse bedanken. Vielen, vielen Dank, besonders auch für die netten Kommentare und das konstruktive Feedback jede Woche. Ein riesen Dankeschön auch an alle, die mich in den vergangenen Jahren auf Messen und Conventions am TWS-Stand besucht und mir dort Feedback gegeben haben. Mega Dankeschön auch an all meine Modular-Dungeon-Kunden und Unterstützer meiner Buch-Kickstarter. Denn ohne diese Einnahmen müsste ich beruflich sicherlich andere Wege gehen und könnt Ihr den TWS vielleicht gar nicht mehr betreiben. Von daher auch ganz besonders vielen Dank an all meine treuen Patreon-Unterstützer, die diesen Kanal jeden Monat mit einem oder ein paar Euro mitfinanzieren. Oder um es kurz zu machen, herzlichen Dank an Euch alle da draußen! So, und bevor ich Euch nun ins restliche Wochenende entlasse, möchte ich noch ein paar besondere Kleinigkeiten als Dankeschön an Euch verlosen. Und zwar ein signiertes Exemplar vom Buch Tabletop-Gelände aus Hartschaum-Gebäude, einen der allerletzten TWS-Kaffeebecher und meine treue Schneidematte, die mich die vergangenen acht Jahre in fast jedem TWS-Video begleitet hat. Diese DIN A3-Unterlage, bestehend aus stabilem Gummikornstoff, wurde von mir im Laufe der Zeit mit zahllosen Farbspritzern und filigranen Schnitzarbeiten versehen. Dieses private Kunstwerk und heimlicher Star aus jedem TWS-Tutorial freut sich nun auf einen neuen Ehrenplatz auf Eurem Basteltisch. Alles, was Ihr machen müsst, ist bis zum 1. Dezember 2022 um 23.59 Uhr einen Kommentar unter diesem Video zu hinterlassen. Schreibt was Nettes oder Witziges – ganz egal, jeder Kommentar landet im Lostopf. Die drei Gewinner erhalten dann am 2. Dezember von mir eine Antwort unter Ihrem Kommentar, so dass Sie mir dann Ihre Adresse schicken können. Das weitere Prozedere könnt Ihr in der Videobeschreibung nachlesen. Viel Spaß und Glück beim Mitmachen und nochmals herzlichen Dank für Euer reges Interesse an den TWS-Inhalten und die jahrelange Treue. Wir sehen uns dann hoffentlich auch nächsten Freitag, bis dann! Untertitelung des ZDF für funk, 2017